Es ist spät, später, am spätesten, und, äh, ja. Ja, bitte. Ah ja, du kommst mit mir mit. Stimmt. Warum, war mir jetzt noch nicht ganz bewusst. Aber irgendwo wird sie sich bestimmt als nützlich erweisen. Äh, wahrscheinlich irgendwo weiter am Anfang. Entschuldige mich. Genau. Entschuldige, dass ich rumrempel. Vielleicht hier lang. Oh. Äh, bitte entschuldige mich. Äh, ja, die entschuldigen sich anscheinend immer, wenn ich sie mal ein bisschen anrempe von der Seite. Ähm. Der Fahrstuhl ist natürlich nicht mehr in Funktion. Deshalb gehen wir mal weiter hier. Ach ja, jetzt geht's hier hoch. Oh, pardon me. Naja, Doc. Selbstmord ist keine Lösung, aber, naja. Es, äh, gab keinen Ausweg für sie. Du siehst mich? Du siehst mich nicht? Du siehst mich? Du siehst mich nicht? Da kommst du halt mit. Dann halt nicht. Jetzt gehen wir nämlich hoch und dann werden wir nämlich gleich auf die ersten Marines treffen. An der Oberwelt. Wie man so schön, äh, sagt. Die aber leider nicht so gut auf mich zu sprechen sind, wie, äh, gedacht. Anfänglich. Denn, irgendwie möchte, ich hab immer Minuteman gesagt, es ist aber der G-Man. Ähm, möchte, möchte nämlich unglaublich gerne verhindern, dass die Welt herausfindet, was hier geschehen ist. Schau dir auf, Minuteman! Oh, fuck! So, Aua, mein Bein. Wo ist er hin? Da. Jetzt hab ich wenigstens endlich die Waffe von ihm bekommen. Nämlich die Magnum ist auf jeden Fall 10.000 Mal besser als, äh, alles andere. Ich hör hier irgendwas rum. Man sieht jetzt zum Beispiel... Bäm! Eigentlich hätte er einen Schuss reichen müssen, aber es kann auch am Schwierigkeitsgrad liegen, den ich eingestellt habe. Äh, ja. Das ist ein Raum. Oh, der ist doch ganz schön angefressen, da kann ich gar nicht hingucken. Uah! Die sind echt bedeutend schneller geworden. Ich kann es nicht häufig genug wiederholen. Laufen wir aber mal einfach ein bisschen weiter und hoffen, dass hier gleich Munition mal kommt. Erstmal kann ich mich wieder heilen. Vor allem, woher kommst du gerade? Nee, erstmal gehe ich hier weiter nach unten. Ich würde mich besser fühlen, wenn ich auf die Gegner schieße. Toll, ja, hier ist Munition nämlich. Sehr geil. Das Tolle ist, sich schon mal nichts zu öffnen. Was ist dein Fehler? Ach ja, dann wollen wir mal hoch. Äh, ja, sie sind auf ihren Köpfen. Und wenn ihr nicht aufpasst, ist es auch gleich auf deinem Kopf. Aber ich spare mal eben Munition. Während du hier, äh, hoffentlich gleich mal einen von den töten wirst. Ja, das zum Munition sparen. Na, wenigstens einmal eben schnell aufladen. Entschuldigung. Aber ich habe heute, äh, noch vor mir schön lecker hier Knoblauchbaguettchen reingezogen. Äh, das Essen in der Kantine war anscheinend nicht so gut, wie man denkt. Ja, gibt es denn irgendwo noch was zu holen? Ich höre ihn, aber ich sehe nichts. Äh, dann ist das halt wohl erstmal so. Boah, gleich. Achievement. Achievement. Errungenschaft freigeschaltet. Koffeinenzug. Junge, ey. Hier ist der Anspruch auch irgendwie gewachs- äh, gewachsen. Nicht gewaschen. Ähm. Die hitten einen bedeutend stärker- Ah, ja, ich erinnere mich. Hier war ja alles so blatt. Ah, gleich fehlt mir die Munni wieder, ey. Einfach sehr witzig, ey, dass sogar beim Krabbenangriff das eingeblendet wird. Krabbe tot. Krabbe greift an. Krabbe springt an einem vorbei. Aber es ist halt nur für so, äh, Untertitel-Fanatiker wie mich interessant. Wie man sieht, äh, muss man hier oben lang gleich. Beziehungsweise, ich glaube, ich könnte das schon machen. Kopfkrabbe-Alarm. Da kommt sie mir tot entgegen geflogen. Äh, ja. Nein! Der macht mich platt, will jetzt nicht aufpassen. Äh. Oh, ich habe sogar richtig viel Magnumunition jetzt. Wenn man, äh, schleichen will, geht man übrigens am besten so vor. Äh, ja. Da sind auch wieder Leichenteile. Zwei Schuss. Und weg war. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich hier hochkomme. Im Original, äh, müsste nämlich irgendwo die Möglichkeit sein, aufzusteigen da. Äh, hier komme ich irgendwie nicht ganz hoch. Man sieht aber da halt, dass ich da diesen Übergang habe. Wo ich dann rüber muss. Hier. Wie angekündigt kann man hier schön hoch, kann schon mal die Brechstange in die Flosse nehmen, weil bestimmt sind hier gleich wieder so ein paar von den, äh, Kopfkrabben. Wie ich jetzt Kopfkrabben weiterhin nennen werde und nicht Facehugger immer. Weil, äh, markenrechtlich geschützt von Alien. Wo ich mich auch selbst daran erinnern sollte, dass ich mir mal die Facehugger Collectors Edition holen soll von, von Alien 1 bis 4. Da schiede ich mich schon seit langer Zeit drauf, aber Amazon macht immer die Preise anders. Letztens noch, äh, irgendwie 39 Euro, da habe ich gedacht, äh, Monat sieht schlecht aus. Dann irgendwie einen Monat später. Ah, ja, ich erinnere mich. So, wann bewegst du dich? Äh, jedenfalls... Dann war... Genau, einen Monat später. Und... Crane Operations Design. Und dann kostet der plötzlich irgendwie 50 Euro. Cool, ich muss ein Steckrätsel lösen. Und du denkst dir dann einfach nur, äh, Amazon wäre ein Verarschen. Warum kostet der denn jetzt so viel mehr? Und ich unterscheide hier nicht unter der Facehugger mit, äh, 3D-Cover Edition und, äh, Facehugger Edition. Äh, 2D. Gibt's ja auch noch. Naja, ich meine, haben sie es hier eingebaut, dass man schneller hier oben wieder raufkommt. Das war im Original nämlich nicht so. Da muss man von Anfang an wieder loslaufen. Ach ja. Egal, Facehugger Edition. Es ist, äh, übrigens schon sehr spät. Ich mache jetzt noch ein Let's Play hier irgendwie um 2 Uhr morgens, weil ich habe ja nichts Besseres zu tun, während ich meine freie Zeit hier verplemper. Und komischerweise rennt mein Rechner heute. Tod. Dresch. Yippie. Ah, ich höre es schon wieder kommen. The Find. Hört ihr ihn auch atmen? So, genug Taschenlampe. Die kostet eh nur Frames. Nein! Lustigerweise, äh, im Original ist das einem nicht so häufig passiert. Toll, jetzt bin ich hier. Ah, da ist eine Treppe. Ah. Und jetzt? Jetzt konnte ich den aufdrehen. Ah, ne, ich habe den zugedreht. Jetzt kann ich wohl hier lang. Äh, naja. Nicht alles muss kreuz sein. Aber gleich kommen die ersten Marines. Kommt. Marins, Marins, wer will ins Marine Corps kommen? Ich wünschte, ein Türgeräusch kam. Ja. Hier ist die richtige Stelle. Keine Ahnung, du hast mir ziemlich Angst gemacht. Keine Ahnung, der Kavalier, der uns hier unten befindet, Doc. Wir haben eine Hände von der Flasche. Genau. Vorhin habt ihr die Tür ja nicht offen gemacht. Ja. Richtig, wir können immer noch klettern. Und jetzt dürfte der hier gleich laden. Oh. Warum kommst du mir eigentlich hinterher, du Sauhund? Der Schlag von oben ist irgendwie ein bisschen schnell von denen. Wie behind me, ey. Verarsch mich doch nicht so. Oh, hat es sogar gelohnt. Gab es sogar Munition hier. Ich habe jetzt nicht zugehört, warum du mir folgst, aber wird schon richtig sein. Oh, jetzt habe ich mich irgendwie doch erschreckt. Am besten mache ich mal ein Let's Play von Dead Space, weil dann werde ich wahrscheinlich nur 90 Minuten rumschreien. Ja, jetzt muss ich an die Leiter springen gegenüber. Du setzt dich jetzt hin und kommst nicht mit. Macht nichts. So. Sehr schön. Äh, ja. Du hältst dich da fest. Lässt aber jetzt gleich eh los. Ja, ja, ich weiß. Nee, ich habe keine Zeit, dir zu helfen. Jeder muss sich selbst helfen. Oh, jetzt mach doch nicht die Treppe da unten kaputt. Ich muss das wieder alles bezahlen am Ende. Und jetzt bin ich so gut wie oben. Und jetzt bin ich so gut wie oben. Mit dem Unterschied, dass oben aber nichts Gutes passiert. Man könnte, es könnte so schön sein, es könnte einfach enden das Spiel und die Marines kommen, nehmen die Wissenschaft nahe in die Arme, sagen, Jungs, alles ist wieder gut. Und, go on free, man, gib uns deine, äh, dein Brecheisen bitte. Das brauchen wir jetzt als Zeichen, Symbol des Friedens zwischen Marines und Wissenschaft. Aber, es ist so wie bei den meisten Wünschen. Sie gehen nicht in Erfüllung. Ach, verdammte Hacke, ey. Ich glaube, ich muss jetzt mich beeilen und hier durch. Jetzt kommen erstmal die Minen. Hm. Jetzt sagt er nicht, dass ich die... Ah, okay, man kann das Tor wieder öffnen. Das ist nämlich ganz gut. Dann kann ich mich mal eben hier... ...bisschen auffüllen. Bevor es weiter geht. Lustigerweise die Stimme, die jetzt hier, äh, gesprochen wird, da finde ich natürlich nichts. Also, beziehungsweise, da kriege ich keinen Untertitel. Wenn ich jetzt wirklich taubstumm wäre, hätte ich schon, äh, meine Probleme mit dem Spiel. Weil ich die Durchsagsstimme nicht die ganze Zeit höre. Ja, normalerweise konnte man die zerschießen. Aber das lässt wohl den Schluss so, dass ich die nur mit Granaten... ...ablenken kann. ...oder wahrscheinlich, äh, haben sie es so umgebaut, dass man nur, indem man Sachen da durchschmeißt... ...sie es die Explosion bewegen kann. ... Ah, das sind die klassischen Geschütze. Sehr schön von mir. Es wurde übrigens durch die Front aktiviert. Oh oh. Äh, beziehungsweise durch die... Hier, durch die Laserstein. Hier sind die ersten Marines. Ah, warum wollt ihr uns nicht retten? Ah. So. Ich kann jetzt nicht weiter damit machen, weil, äh, sonst kriege ich ein Problem. Toll. Wenn grünes Licht kommt, denkt man immer so vor, dann kommen diese Blitzschießdinger und nicht hier diese schäbigen Billigteile. Die haben nur in, äh, 8000 Kilometer langen Röhren gefährlich kommen können. So, das ist aber jetzt eine Mine und die wird explodieren, wenn ich die anschieße. Ah, herrlich. Kommst denn nicht rein? So, drüber springen wir unten durch. Unten durch geht bestimmt. Mh, ja. Ich hatte jetzt eigentlich gesagt, das geht bestimmt nicht. Und ich kriege voll lang auf, äh, auf Ömmel davon. Ach, wollte er mich eigentlich veräppeln? Ich hab keine Munition mehr, ey. Deshalb wollte er mich veräppeln. Gut, und ich hoffe jetzt in diesem Raum versteckt sich überall eine Menge Munition. Weil sonst rastet ich aus, ey. Und so wie gewünscht ist hier sogar Munition. Zwar nicht viel, aber wenigstens etwas. Ich weiß eh nicht, was ich, äh, bis jetzt gedacht wurde. Oder wenn ich jetzt überlege, ich hätte auch, würde auch schwer spielen. Können schon sehr knapp werden. Von Munitions wegen her. Ja, da ist ein Geschütz. Aber ich kann beide vernichten. Und zwar genau so. Bäm. Guckst du, wie du guckst. Schön von der Ecke her abgeschmatzt. Geil, ey. Wie ich einfach nur wie ein Wilder um die Ecke renne und trotzdem nur auf Fresse kriege von denen, ey. Oh, man muss wie ein Beklopter von denen wegrennen, ey. Sonst klappt das vorn und hinten nicht. So, hier kann ich rüberhüpfen. Ah, Munitionverschwendung, aber... Aber was soll man sonst machen? Da fließt, äh, water, my friend. Geh einfach zu. Geh zu. Sehr schön. Ah! Hahaha! Wieso? Wieso? Nein! Ah! Gott sei Dank, es wurde vorher gespeichert, ey. Und hier war Munition. Da hab ich noch nicht mehr drauf geachtet. Aber was für Munition. Äh. Okay, die sind alle erledigt. Ich glaub, wenn ich hier durchrutsche, fällt man in den Tod. Ich erinnere mich noch, düster daran. Da ist übrigens wieder unser G-Man. Der aber nicht auf meinen Beschuss reagiert. Warum auch? Lauf weg! Sollten mal langsam Marines kommen. Ich will endlich in die Freiheit. Vor allem liegt hier schon Shotgun-Munition. Ich hab nicht mal ansatzweise irgendwas für Shotgun. Ich hab nicht mal nen Shotgun. So, äh, was haben wir hier? Äh, was haben wir hier? Äh, Stundenplan von letzter Woche. Oh, das hast du geschossen. Oh, das hast du davon. Das hast du davon. Wie ihr gerade gesehen habt Der Wissenschaftler wurde erschossen Weil Er Einen Fehler gemacht hat In der Schule Und jetzt kriege ich hier Genau Die Automatikwaffe Und den Granat-Longer Granatwerfer da ran Noch mehr geheime Orte Ich hoffe die ist jetzt Die hat auch nicht mehr so eine hohe Steuerung Wie früher Weil man hat Wenn man nicht genau vor dem Marine stand Beim Abknallen Hat man bestimmt 75% von Magazinen einfach drum rum geballert Ob man jetzt geduckt ist Oder was auch immer Das Klicken ist übrigens der Granatwerfer Für den ich keine Munition habe Und jetzt gibt es erstmal Laden Laden und ein bisschen trinken für die Stimme So Two Minutes Two Minutes left Wir gehören zu den Wissenschaftlern Er schießt uns nicht Ich habe mich jetzt erstmal ein bisschen versteckt Mein Arm Mein Arm Oh mein Gott Die Waffe schießt Salven Das ist natürlich genau das Was ich Sehr schön Weil wenn ich Wenn man einmal Zweimal drückt Vielleicht Vielleicht in einem etwas zu schnellen Tempo Dann schießt man direkt Keine Ahnung Drei Salven hintereinander Kann man es irgendwo umschalten? Ich glaube nicht Muss ich mal gucken Wenn das Let's Play rum ist So lange sammle ich noch Munition Ressourcen sammle ich hier auch mal auf 75 Bam Hier komme ich nicht durch Jetzt muss ich nämlich hier oben lang Können natürlich auch einfach die Macken umnehmen weiter Geht alles nicht mehr Das war auch so ein Plattiker Um die Viecher zu erledigen früher Jump Einlage wieder Dann haben wir hier Minen Die lassen wir jetzt erstmal dran Weil kann nämlich gut sein Dass wir die gleich noch brauchen Ähm Genau Hier müssen wir rennen Junge warum bist du so schnell? Ah ich hasse es ey Man kann da nicht an denen vorbeigehen So gibt es hier Waffen? Gibt es hier Munition? Gibt es hier Waffen? Gibt es hier irgendwas was ich verarbeiten könnte? Natürlich nicht Deshalb direkt weiter Oh er hat eine Granate geworfen Genau Genau Gibt mir Munition Hier wieder Shotgun Munition Keine Ahnung Die habe ich bestimmt irgendwo vergessen Genauso wie die Brechstange am Anfang Wo ich das gedacht habe Aber irgendwann kam sie dann doch noch So weiter rüber Ei 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 Mensch bin ich ein schlauer Bub Take me with you I am the one man who knows everything Da oben war auch einer Naja Äh ich sehe auf den Tacho Spannender Moment Aber Ende für dieses Let's Play Dementsprechend Guckt weiter Einfach vierten Teil schauen Und Dann wisst ihr auch wie es weiter geht In Black Mesa Nein ihr habt Freeman nicht Ei 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 So jetzt aber Du Ooh Voll Wrestling Mann 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 Mann